Es ist kein Geheimnis, für ein möglichst faltenfreies Gesicht greifen viele Stars gerne mal zur Botox-Spritze. Auch Anushka Renzi ist da kein unbeschriebenes Blatt. Sie hilft ihrer eigenen Schönheit und Jugend gerne mal auf die Sprünge. Bei der Mercedes-Benz Fashion Week in Berlin schockt die 52-Jährige jetzt mit einem geradezu maskenhaften Aussehen. Klar, ihr Alter sieht man Anushka zwar nicht wirklich an, doch ihre Gesichtszüge wirken starr und unnatürlich. Selbst beim Lachen ist von Mimik leider nicht viel zu sehen. Im Interview mit bunte.de verrät die Schauspielerin, was es mit ihrer Optik auf sich hat. Verrate uns, wie schaffst du das? Schminke. Nur Schminke? Ja. So ganz können wir das ja nicht glauben. Vor allem, nachdem sich die Schauspielerin erstaunlich schnell davon macht. Offensichtlich hat sie dem Beauty-Doc doch den ein oder anderen Besuch mehr abgestattet. Wir hoffen, Anushka merkt bald, dass sie auch ohne übertriebenen Jugendwahn eine tolle Frau ist.